Ach, dreckig. Ähm, wir haben gerade eben schon Aufnahmen gestartet. Es hat alles perfekt geklappt. Geile Welt, alles Mögliche. Gleich Eisen am Startpunkt. Genau, Eisen am Startpunkt. Peiner auch noch wahrscheinlich ein Dungeon. Einziges Problem war nur, die Hypercam ist wieder durchgedreht. Bzw. jetzt muss ich ja letztes Feldzugreiter drei langsam machen. Hat alles perfekt gepasst. Nur der ganze Vorteil, ein Abschnitt von vielleicht zwei, drei Minuten fehlte. Das sollten wir euch nicht machen. Wir hoffen, dass wir wieder die alte Welt kriegen könnten. Äh, bin ich einfach mal... Was leider nicht geht. Das geht, das könnte gehen. Wir haben ja den gleichen Index. Mit etwas Glück. Was wir natürlich nicht haben. Wäre ja auch zu schön gewesen. So viel zum Thema, wir haben immer Glück. Naja gut, also dann begrüße ich euch nochmal zu einem neuen Let's Play. Zum zweiten Mal heute. Wie ihr jetzt wahrscheinlich gerade mitkriegt. Ich habe ein Mod installiert, da ist der selbst Minimap. Äh, den könnt ihr euch downloaden. Müsst ihr einfach nur eingeben. Ich würde ihn eher Spawnpunkt nennen. Oh, ich habe jetzt Home, das passt. Dann können wir auch mehrere machen. Dann können die auch... Moment, meine Maus ist kurz aus dem Bild. So, dann können wir auch mehrere davon machen. Ja, äh, wie ich schon erzählt hatte, was ihr natürlich alles nicht wisst. Äh, wir haben schon in der ersten Aufnahme erwähnt, dass wir Misas Texture Pack benutzen. Das ist das HD Texture Pack. Die Installation ist nicht gerade die am wenigsten komplizierteste, aber auch nicht die leichteste. Und von dem Mod ist es sowieso die allerschwerste. Ja, die Sens Minimap-Mob ist... Moment. Danke. Äh, ich bin wieder etwas desorientiert, liegt diesmal nicht daran, weil wir, was weiß ich, wie spät aufnehmen. Mit einer Zeit von 7.36 Uhr ganz annehmbar. Ein einziges Problem da dran ist, ich habe gerade eben schon geredet und unser lieber Miete, du hast mir zu voll was Wasser einzugießen. Du darfst so heulen, mach weiter. Ah. Ist der jetzt der Schang, Junge? Jo. Danke. Bitte. Sei froh, du bist wenigstens befördert worden. Äh, ja. Das hat ein Riss. Das hat immer ein Riss. Ah, naja. Ähm. Schade um eine schöne Karte. Äh. Ja, stopfe ich bei Gelegenheit. Gucken wir erstmal, was diese Karte uns hier so alles bietet. Ich hoffe mal, es bringt was. Dankeschön. Ja, wäre ganz praktisch auf jeden Fall. Haben wir hier schon mal fliegende Erde. Das ist schon mal nicht allzu schlecht. Wie ihr vielleicht sehen könnt. Da hinten. Pflicht ein bisschen Erde durch die Gegend. Ja, gucken wir mal. Halt die Klappe. Äh, gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Schweine. Wir spielen übrigens auf Easy wieder mal. Immer noch weiter. Wie auch immer. Und diesmal halt auf der Version 1.5. Das heißt, wir haben auch Wölfe, Wetter und alles mögliche. Hoffen wir jedenfalls mal, dass wir sowas mal finden. Wäre es natürlich auch ganz praktisch, wenn wir Knochen hätten, aber haben wir ja momentan nicht. Genauso wenig, wie wir ein Schaf haben. Schafi, 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 schafi. Halt die Klinik. Dreckinsel. Dreckinsel. Mitten in den Leben. Moment, ich mach mal kurz Musik an. Einen Moment. Ähm. Ich zieh das mal kurz zur Seite. Hoffen wir, dass es nicht fullscreen ist. Okay, es ist nicht fullscreen. Äh, warte mal kurz. Äh, ja, Minecraft spendet auch wieder ein bisschen rum. Hm, Livestream-Projekt. Wann fängt das an? Moment mal kurz, einen Moment. Hallo Leute, heute um 18 Uhr am 30. Wie geht es gerade um euch jetzt ein Livestream geben, in dem ich mal ein Livestream-Projekt fange? Ja, gut, das müsst ihr jetzt alles nicht hören. Das ist etwas von wegen German Let's Fail. Der hat gesagt, dass er ein Livestream-Projekt machen möchte. Und ja. Äh, was haben wir denn mal? Äh, Musik. Alle wiedergeben, aber vielleicht nicht unbedingt mit dem ersten Anfang, sondern mit den letzten paar. Äh, stört euch nicht dran. Moment. Ich versuch mal hier ein etwas moderneres Lied anzufangen. Wo hab ich's denn? So, auch wenn das nicht ganz thematisch passt, sollte das eigentlich von uns zumindest sein. Das hat hier wieder ein Problem. Äh, da, 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 da. Wie wärst du denn, du für die Talent anmachst? Für die Talent ankommen auch irgendwann, ich weiß nicht wann. Das ist auch für mich eine Überraschung. Ich hab hier jetzt eine Playlist auf YouTube. Ich hoffe mal, es funktioniert ja. Ich hab hier ein bisschen mehr gekauft und auch den Ketten ausbreitet. Schwein! Verdammt. Das ist übrigens ein Lied, das wurde auf Gronkh.de gestellt. Vom guten Gronkh, von wem sonst. Äh, zu Sarazas Geburtstag. Gibt's leider nicht mehr drauf, wenn ihr das suchen wollt. Das heißt, Kapelle Petra, Geburtstag. Kann ich nur empfehlen. Ist ganz nett mal zwischendurch. Vor allem, wenn man sieht, wie die das machen. Könnt ihr natürlich grad nicht, weil ihr hier Minecraft hoffentlich mal guckt. Äh, und nicht gerade irgendwo anders hinguckt, weil wir euch so langweilen. Wovon haben wir eigentlich das erste Hausbombe, ne? Wovon wir dann am meisten haben. Also wenn ich hier irgendwie eine Höhle finden sollte, dann würde ich das schon wieder abgeschnitten. Das hatten wir doch schon mal. Lass uns da doch das Haus drin bauen. Mit abgeschnittenem Wasser. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich guck erstmal, ob wir hier noch irgendwas Besseres finden, wie die Höhle da hinten zum Beispiel. Moment. Ich fülle mir mal kurz den Bambus mit. Oder das Zuckerrohr. Oder wie auch immer das heute sogar heißt. Autsch. So. Kohle haben wir hier schon mal. Das ist gut. Und da geh ich noch nicht rein, sofern ich noch kein Schwert habe. Oder. Ja. Der Übrige Skin ist von mir selbst erschreckt, ist unser fröhlicher Creeper. Leider ist auch mein Alterskind dabei draufgegangen, bei der Umsattelaktion. Ich tut mir wahnsinnig leid. Aber, was will man machen? Ich bin erstmal vorsichtiger Typ. Ein paar Stöckchen, 24 Seiten reichen. Nicht mal. Jetzt ein, zwei Schwerter. Schwerter baue ich mir gleich aus. Dengstens. Stein. Genau. Noch einen, dengstens von dem hier. So. Dann wollen wir mal. Hier. Und bevor ich etwas sagen konnte, würdest du vor meinen Augen von der Sparke drüber. Ach ja. Guter alter Fahrrad in Urlaub. So liegt's denn, Krankenhaus. Ich wollte schon sagen. Ich mach jetzt nicht mehr auf, wie so eine Scheinwelle, denn da. Wo geht's doch auch. Wow. Ein Stück Kohle. Genial, wieder mal. Großzügig. Hm. 30 Jahre dazu. Traum jetzt am Sieg. Wollt ihr doch jetzt erstmal ein Schwert. Hab ich doch gar nicht. Oder auch zwei. Erstmal nehme ich nur ein, ich weiß ja nie. Ach, alles mitnehmen und gut, los geht's. Moment. Ich bin mal wieder intelligent. Davon nehme ich nochmal zwei. Ich möchte natürlich auch gleich einen Ofen bauen können, aber den tippst du vor uns. Das wäre schon möglich. Mach das wieder. Versucht einen möglichst intelligenten Eindruck zu erwecken, vergiss es. So, ich bin schon wieder gleich mit gutem Haus. Ich muss mal kurz die Musik ein bisschen leiser machen. Sonst höre ich die ganzen Viecher nicht. Okay, ich höre schon was. Ich glaube, ich habe doch schon was gewähnt. Nein. Das ist hell. Okay, so lange hier nichts ist. Schnell mal hier der Schanz und muss gucken, der Kohle abhauen. Haben wir schon keine Verkennung? Ja, wir haben nur vier Fackeln gemacht. Weil es nicht mehr ging wegen dieser großzügigen Kohle, wegen der tollen Map, wo ein Stück Kohle war. Aber hier ist dafür ordentlich. Oh, du hast mal neue Fackeln und sicheres Gebiet ab. Ja. Firefox-Update verfügbar. 4.01. Super. Das interessiert uns jetzt auf alle. Das habe ich doch gerade gesagt. Das hat sich auch ein Ding hat, das für mich an die Kohle anzubringen. Moment. Hätten wir gleich Wasser auf dem Haus. Hast du schon mal gesagt. Du wiederholst dich wieder. Ich weiß, wie immer. Eisen. Dann zockt er zusammen, das hättet ihr sehen sollen. Dann soll man ihm gerade einen Strumpfschlag verpasst hätte. Eisen, Eisen. Dankeschön. Ich glaube so früh, Eisen zu finden. Ja. Ein, hoh. Zwei Hühner. Los, lass uns doch da raus den Haus bauen. Rosaschaf. Das ist geil. Das ist geil. Dafür auch, weil ich sogar meinem Schwert eins überzubraben. Bam. Es gibt Rosaschafe? Ja, frag mich nicht. Wir haben halt auch schon eins gefunden. Voll witzig. Noch eine Höhle. Eine sehr große Höhle. Toll. Hier müssen wir natürlich auch die Steinspezacke anstatt das Holz den zu nehmen. Naja. Wo ist jetzt unser Eingang zur... Links. Setz dir doch mal Wegpunkte hin. Rechts. Da. Rechts. Das ist garatäisch nicht. Da hinter dem Gang. Ich glaube auch unsere erste Folge ist schon vorbei. Wir machen das extra, um die Hypercam zu schonen, dass die Aufnahme der Qualität nicht ganz so schlecht ist. Ich hoffe mal, es funktioniert. Da hinten mal. Hinter dir. Aaaaaaah. Doch nicht. Na gut. Äh, dann werden wir mal kurz die Aufnahme und hoffen, die Qualität ist ein... Äh, 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 äh... Ist einigermaßen gut. Okay. Gut. Dann bis nächste Folge. Bis nächste Folge.